und hallo herzlich willkommen zurück zu konan exiles wir wollten erkunden gehen wird fantastisch stimmt wer hat das camp bevor ich es vergesse kleine eigenwerbung twitch mein channel jeden tag von 8 bis 10 uhr guten morgen stream wer bock hat schaut vorbei jeden tag genug der werbung gegner ich kann mich noch daran erinnern wir haben in der letzten folge hier angefangen haben wir das ganze camp schon offensichtlich haben wir das ganze camp leer geräumt krass nicht schlecht war ich ja gut unterwegs erstmal ein steak erstmal was trinken aber was gibt es hier noch irgendwas außer musik die wieder mal sehr schön ist mag diese musik einfach das hätte ich gerne die hackmesser die lassen wir aufnahme läuft micro läuft gut glück gehabt ansonsten sehe ich hier jetzt nichts ok dann gehen wir doch einfach weiter nach den noten gucken was wir noch so entdecken wir müssen wir müssen entdecken wir haben jetzt ich glaube drei vier folgen waren es wo wir gebaut auch nein warum denn immer spinnen in jedem spiel sind spinnen das ist das ist die reinste plage die verfolgen mich ganz ehrlich und die kriegen nicht mal viel schaden und die können schießen und die halten viel aus komm schon jung das schaffst du gott machst du gift und nochmal und ausweichen und angriff und ausweichen und dodgen und angriff und dodgen und angriff und dodgen warum hältst du so viel aus diese kriegstrommeln boah das das animiert aber auch richtig dazu einfach drauf zu holzen ich weiß nicht warum aber wildfleisch warte mal wir nehmen mal kurz die axt aha also diese dieses spiel vielleicht noch geupdatet in der annual engine 5 das wäre ja ein traum geht bestimmt noch hübscher mit bissl ich muss mir das sechs nicht abgewöhnen mit ein bisschen keine ahnung wie schild etc das standardzeug halt in der config vielleicht ein bisschen was ändern weiß ich gerade gar nicht bei konan könnte vielleicht noch gehen das könnte jetzt aber langsam knapp werden auuuiuiui oh das ist eine große spinne brudem ist los das ist mir eine nummer zu groß da bin ich ja sowas von ehrlich da bin ich ganz ehrlich ehrlicher geht's gar nicht alter ist das ein oh ich krieg Gänsehaut ist das ein riesen ojiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich nicht boah das ist jetzt mal ernsthaft ich hoffe das Vieh dass das Drop nix gut ist oder irgendwas wichtig ist das werde ich safe safe niemals angreifen also ich habe Katapulte, Ballisten Trebuchets und eine riesengroße Festung mit ganz starken Mauern oder einen Flammenwerfer ich glaube ersteres ist ersteres ist dürfte na jetzt fällt mir schon das Wort vor das ist ja ersteres dürfte einfacher zu machen sein hier das ist ja boah warum auch Spinnen bei Crowned sind sie schon Spinnen ja gefühlt jedes Spiel was ich aktuell spiele hat Spinnen warum können es nicht mal keine Ahnung Schmetterlinge sein irgendwas alles außer Spinnen naja komm kräft die mal an ja kämpf kämpf ruhig gegen die das wird was safe ja bist du Torzan oder was ach ist das schön hier ich liebe dieses Spiel kommt Torzan aus dem Dschungel der hat die platt gemacht du hast Namen warum hast du Namen was bist du du hast einen Namen gehabt jetzt nehme ich mal mit weil ich nicht weiß wie viel ich davon schon habe weil wir haben gelernt wir haben gelernt ich muss mich heilen oh Gott die geben äh was brauchst starke Waffenschaden da fehlt mir jetzt noch das das super oh Gott naja gut ne über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten äh äh ich wollte gerade noch was trinken macht mal macht mal ruhigen ruhig ruhig ich bin im Frieden ich komme in Frieden ach so du bist ein Bogenschützer ok ich habe ui 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 aufpassen da das kann ins Auge gehen ich glaube dein Kollege hat dich im Stich gelassen sind alles alles entweder Gorillas oder Torzahne zumindest klingt es halt so ui 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 sehr gut aaaaaa grüße hier kommt noch mehr ja komm komm dich nehme ich auch noch kommt mal her ich hau mich alle in meinem Lenden-Schurz um ich sag's euch boah oh doppelkill ach so guck mal nochmal du hast irgendeine Tätowierung kann ich jetzt drauf verzichten du hast naja einen leichten Torbanne die hätte ich schon gerne wie viel wichst denn du 5 Kilo eigentlich hätte ich dich auch gerne verdammt ich hab hab ich noch hab ich noch Punkte ist bestimmt ein riesengroßer Fehler aber ich muss mehr ertragen können die die ja ach wie lässig er da steht mit seinem oh Gott da ist die Spinne wieder wie lässig er da steht mit seinem Zweihänder wollte ich sagen Darfari-Schwert oi Sprengwächter-Kopf die integrierte Sprengwase explodiert wenn der Golem zerstört wird Wächter-Teil Kopf Stein bum was da muss ich vor Schreck ja gleich mal husten äh Mikro läuft läuft alles gut naja gut so viel dazu ich glaube ich probiere jetzt mal kurz ich guck mal fix ganz kurz du machst 8 Gesundheitsschaden ach du machst 17 und 20 Rüstungsdurchdringung oh du machst 20 und 16 ok du bist flott unterwegs ok wir probieren das mal aus vielleicht benutze ich jetzt gerade voll die OP OP Sachen ok treffen wir ist schon mal ein Problem oiuiuiuiuiuiuiuiu buître uhr das war das sah schmerzhaft aus und der nächste ich glaube ich sollte irgendwelche einstellungen bei youtube machen oder das ist nicht mehr sollte ich vielleicht wirklich mal machen ach nein ich bin überladen ach tolle wurst was mache ich jetzt hier alles ist das brauche ich doch aber das nachteil mit dem deutsch ist man kann trotzdem keine fackel nutzen ein wunderschöner sternenhimmel vorne steht noch jemand da hinten tanzt noch jemand also da hinten der juckt vor aufregung ein kleines auge da steht auch noch jemand das ist aber schlecht da fari zauberer ne bitte nicht zaubern ich retorne wenn ich das will ist aber auch dunkel ne muss das so dunkel sein das ist das was ist das das ist das was ist das warum 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 immer? Ich verstehe das alles nicht. Warum schreien die alle wie Tarzan? Oh. Skelloskultistenrobe. Eisenwäschter Torso. Was? Ein nach dem klassischen Vorbild eines Menschen aufwändig gestellter Eisentor so. Steinwäschter Bein? Also wenn ich jetzt noch wüsste was ich hier gerade alles einsammeln habe, dann wäre das ja ganz schön. Also du kommst mit, du siehst gut aus. So, jetzt bin ich voll. Ausgestopfte Strauß. Den möchte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Der passt gut in die Festung rein. Will ich die Rüstung weglegen? Die kann man zu nur neu bauen. Das passt schon. Die war nicht teuer. Glaube ich zumindest. Das da. Oder? Ach ja. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch? Ich glaube diese Hyäne wirkt einfach zu viel. Ich habe zwei Bögen. Und dann gehst du hier weg. Und bei 102. Die Steine. Ja easy. So. Durch die Mod. Könnte ich ja. In der Theorie. Goal. Das könnte ich einstellen. Nackt. Originalkleidung. Oder das. Ach Motze manchmal schon ganz praktisch. Ist das etwa ein schiefer Rücken? Du wiegst so viel. Verdammt. Wo habe ich denn jetzt hier noch? Wann das schon alle? Ja? Ne. Da hinten steht noch jemand. Oh. Die Deutsche sind aber auch extrem stark. Ziegel. Ey. Das ist jetzt alles nicht so. Wo ich sage. Brauche ich ganz dringend. Zauberer. Na danke auch. Da kann ich jetzt gleich. Ja cool. Oh nein. Oh. Da. Insekten. Das ist alles so viel. Ich kann nichts mehr tragen. Ich dachte gerade kurz gesaugt jemand. Mensch. 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 Hier ist was los. Gucken wir nochmal kurz hier vorne. Was wir hier so sehen. Also da hinten. Okay. Hier ist Eisen. Das ist gut. Da unten stehen noch zwei. Ja. Ups. Wir verstecken uns. Oder auch nicht. Kortentechnisch. Sieht aus wie ein Loch. Oder wie ein Berg. Das ist da hinten. Oder? Mit diesem lila Schleier. Und da ist noch ein Camp. Ich überlege gerade. Baue ich mir so ein vorgezogenes Camp. Ja vielleicht eine Idee. So eine vorgezogene Basis zu bauen. Irgendwo. Wo können wir die bauen. Eigentlich müsste die relativ mittig sein. Die Festung ist eigentlich schon ganz nett. Wobei. Also. Das Spiel wird eh gefühlt 100 Folgen gehen. Ich werde noch 5000 Festungen bauen. Es tut mir jetzt schon leid. Falls sich überhaupt jemand zuguckt. Und das durchhält. Hallo. Genau durch meine ich. Es wird so gut. Vulkan. Berg. Eis. Schnee. Ja gut. Ich würde mal sagen. Wir haben genau. Jetzt. Die 20 Minuten Mocker erreicht. Deswegen. Würde ich sagen. Ich bitte eigentlich um das Zusehen. Lass doch gerne. Lass doch gerne. Ihr wisst schon. Like und Abo da. Wenn ihr wollt. Et cetera pp. Alles kostenlos freiwillig. Und schaut doch gerne bei Twitch vorbei. Jeden Morgen. Jeden Tag. Von Montag bis Sonntag. Von 8 bis 10 Uhr. Guten Morgen Stream. Und ansonsten. Wüsche ich euch noch einen guten Tag. Und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.